Alle Indize schießen hunderte Punkte hoch. Haben wir den Wendepunkt erreicht? Und damit herzlich willkommen zu der zweiten Runde 4 Minuten Börsenwissen, kompakt verpackt. Dem Format, wo ich Begriffe rund um die Börse und das Traden, die du kennen musst, leicht und verständlich in maximal 4 Minuten erkläre. Entschuldigt meine Stimme, ich bin leider noch erkältet. Heute erzähle ich euch etwas über die Zentralbank der USA, der FED, dem leidigen Thema Inflation und etwas über Zinsen. Bevor wir dann zum tatsächlichen Begriff dieses Videos kommen, FED Pivot. Und natürlich schauen wir uns auch noch an, auf was die nächsten Wochen zu achten ist. Der 4 Minuten Timer ist rechts oben eingeblendet. Und es geht los. Das Federal Reserve System ist die Zentralbank der USA. Abgekürzt wird diese eben mit FED. Die FED verfolgt 5 Hauptziele. Erstens, mit ihrer Geldpolitik maximale Beschäftigung, stabile Preise und moderate langfristige Zinssätze in der US-Wirtschaft zu fördern. Zweitens, die Stabilität des Finanzsystems zu erhalten. Drittens, überwacht Finanzinstitute und deren Auswirkungen auf das Finanzsystem. Viertens, fördert die Sicherheit und Effizienz von Zahlungsverkehr und Abwicklungssystemen, um Zahlungen in US-Dollar zu erleichtern. Und fünftens, fördert den Verbraucherschutz. Vor allem der erste Punkt kommt aktuell zum Tragen. Stabile Preise. Ja, eher nicht so. 10% Inflation und mehr. Was machen die Zentralbanken nun dagegen? Nein, nicht mehr Geld in den Markt pumpen, so wie es in den letzten 14 Jahren passiert ist, sondern genau das Gegenteil. Sie nehmen Geld aus dem Markt und versuchen zusätzlich den Konsum zu drosseln. Und wie wollen sie das erreichen? Richtig, durch Leitzinserhöhungen. Nebeneffekt, der Dollar wird stärker, was in vielen Ländern die Inflation noch mehr anfacht. Aber das juckt die USA jetzt nicht unbedingt. Natürlich werden durch Leitzinserhöhungen auch die langfristigen Investitionen und Kredite teurer. Was wiederum zur Folge hat, dass sich Unternehmen und Privatpersonen dementsprechend weniger leisten können, weil Kredite auf einmal wieder etwas kosten. Und das nicht so knapp. Jeder Häuslbauer von euch wird's kennen. Zusätzlich wird wieder vermehrt gespart, anstatt sich zum Beispiel ein neues Handy zu holen, weil es einfach wieder attraktiver wird. Und durch diese Maßnahmen erhofft sich eine Zentralbank, die Inflation wieder in Richtung der angestrebten 2% zu lenken. Leitzinserhöhungen belassen natürlich auch den Aktienmarkt. Weniger Konsum bedeutet automatisch weniger Umsatz für die Unternehmen. Das kann man im aktuellen Marktumfeld auch gut beobachten. Viele Unternehmen schrauben ihre Prognosen runter und die eine oder andere Firma beginnt Leute zu entlassen. Meta, Amazon und so weiter. Ganz klar sind hier die Energiekrise und die damit verbundenen erhöhten Kosten ein riesiger Klumpen, der viel dazu beiträgt. Aber eben nicht nur. So weit, so gut. Aber was bedeutet nun FED Pivot? Pivot ist Englisch und bedeutet einfach nur Drehpunkt. Und wenn der Markt FED Pivot spielt, geht er einfach nur davon aus, dass die FED in Zukunft ihre aggressiven Leitzinserhöhungen zurückschraubt. Was ja wiederum positiv für den Aktienmarkt wäre. Warum denkt das der Markt? Weil diverse Zahlen, wie zum Beispiel die Arbeitslosenquote, ein Stück höher ausfallen. Beziehungsweise die Inflationsdaten gering ausgefallen sind, wie erwartet. Das hat auch die jüngste Rallye ausgelöst. Da wird dann gleich wieder rein interpretiert, oh, die Zahlen sind besser als erwartet. Das heißt, der Konsum geht zurück. Und das heißt ja dann wiederum, die FED hat ihr Ziel erreicht und hört mit den Zinserhöhungen auf. Aber die FED wird erst mit den Leitzinserhöhungen aufhören, wenn sich die momentane Lage beruhigt und die Inflation wieder Richtung der 2%-Marke abflacht. Das einzige, was gerade vom Markt eingepreist wurde, sind nicht mehr so hohe Zinsanpassungen. Genauer gesagt, wird von einer 50-Basispunkte-Erhöhung ausgegangen. Passt am 13. Dezember auf. Da gibt's die nächste FED-Sitzung. Dort wird dann bekannt gegeben, wie hoch der nächste Zinsschritt ausfallen wird. Sollte Powell von 75 Basispunkten reden, werden wir die roten Kerzen des Todes sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber keine Angst, ich werde euch auch wie die letzten zweimal rechtzeitig noch einmal über die Community-Nachrichten warnen. Moral der Geschichte, die Börse ist selten rational, also passt auf eure Positionen auf. Wenn dir die Erklärung geholfen hat, lass doch bitte ein Like da, um das Video zu pushen. Und bis bald.